Erinnerst du dich an das Bild Impressionen von Monet? Van Gogh malte mit seiner Sternennacht ein Bild, das ohne Monet nicht denkbar gewesen wäre. Denn auch hier wird nur ein Moment, jedoch ein gefühlvoller und innerer Moment festgehalten. Van Gogh hat dieses Bild in einer sehr schweren Zeit seines Lebens gemalt. Es soll sogar der Blick aus seinem Krankenzimmer sein. Er war nicht krank, sondern nur sehr traurig. Wenn du willst, kannst du das an seiner Pinselführung entdecken. Schwer und dick und traurig ist die Farbe aufgetragen. Auf dem Gemälde liegt das Dorf ganz ruhig im Schlaf und der Himmel scheint um die Wette zu glitzern. Auch wenn es Van Gogh damals nicht gut ging, hat er trotzdem wunderschöne Farben gewählt. Dunkles, warmes Blau für den Himmel und glitzerndes Gelb für die Sterne. Das unerbittliche Niederzeichnen von Gefühlen führt wenig später in den Expressionismus. Im Expressionismus werden die Gefühle nicht mehr fein und in zarten Farben dargestellt, sondern direkt und herb. Die Gefühle nicht mehr, die Gefühle nicht mehr? 50 Euro für die Gefühle nicht mehr?